Die Hände auf die Schulter, die Hände auf die Knie und jetzt ganz runter. So, das bitte doch hin. Arthrose, sagt sie, mit 16. Okay, Hände auf die Knie, dann geht's wieder hoch. Hände auf die Schulter und die Hände hoch. Bitte hin, ne? Ja? Ja? Ach, also ich bitte dich. So, hau rein, bevor ich umkippe. So, hau rein.